Im zweiten Viertel dann der Schock. Philipp Starnitsch knickte nach einem Offensiv-Rebound mit dem rechten Sprunggelenk um und konnte nicht mehr weiterspielen. Was für eine Tragödie für den jungen Center der Orange Army. Später dazu mehr. Bayreuth zu Philipps Verletzung schauen. Nachdem er seit dem ersten Saisonspiel fehlte, waren nun alle heiß auf seine Rückkehr. Und nun? Am Dienstag war er unterwegs nach München in die Praxis von Dr. Müller-Bohlfahrt, um dort einen genaueren Befund zu erhalten. Alle im Niners-Umfeld drücken die Daumen, dass Philipp schnell zurückkommen kann, wobei die Bilder der Szene nichts Gutes erahnen lassen.